Das heutige Horoskop, Stia, 16. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Die Kraft des Neumundes im Skorpion wird für Sie besonders intensiv sein. Dies liegt daran, dass Sie und dieses Zeichen beide die gleiche Polarität haben, also exakte Gegensätze auf dem Tierkreisrad. Dieser Neumund im Skorpion unterstreicht das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht in den Beziehungen aller. Positiv zu vermerken ist, dass es den Menschen dabei helfen kann, besser zusammenzuarbeiten, indem sie beurteilen, ob ihre gesamten Bedürfnisse emotional, physisch, spirituell und finanziell voneinander erfüllt werden. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, kann dieser Neumund Ihnen zur Heilung verhelfen oder Ihnen einen endgültigen Ausweg bieten. Was wird Ihnen einfallen? Wenn der Mond im Schützen mit Merkur im Schützen in Konjunktion steht, könnte das Nachdenken und das Hören auf Ihre Intuition Sie dazu ermutigen, sich etwas Neues für Ihre Finanzen auszudenken. Möglicherweise kommen Sie zu einer Entscheidung oder Lösung, die Ihnen bei Ihren Finanzen helfen könnte. Darüber hinaus besteht möglicherweise sogar die Chance, sich auf ein neues Unterfangen oder eine neue Chance in Ihrem Arbeitsleben einzulassen, da der Mond auch Venus in der Waage sextilisiert. Solange Sie aufgeschlossen sind, werden Sie vielleicht feststellen, dass eine Welt voller Möglichkeiten auf Sie wartet. Da Mond und Merkur in diesem Jahr zum ersten Mal in Ihrem Finanzsektor aufeinandertreffen, ist dies ein Zusammentreffen der scharfen Finanzinstinkte des Mondes und des klugen Geldgespörs von Merkur. Dies geschieht nur fünf Tage, nachdem Merkur zurückgekehrt ist, um die erste planetarische Aktivität auf dieser Seite des Finanzzons in diesem Jahr zu beginnen, was Ihnen alles gibt, was Sie brauchen, um in Geldangelegenheiten den Überblick zu behalten. Du könntest heute unglaublich gestresst sein. Fühlen Sie sich manchmal wie jedermanns Therapeut? Kommen andere zu Ihnen und lassen Ihre Sorgen und Sorgen los, aber Sie sind ein zu guter Freund, um Sie in der Stunde der Not abzulehnen? Wenn dies der Fall ist, müssen Sie schnellstmöglich aus dem Verkehr gezogen werden. Tun Sie etwas Besonderes für sich. Die kleinen Dinge, die Sie tun, um sich gut zu fühlen, sind möglicherweise kein Luxus, sondern angesichts der Art von Woche, die Sie hinter sich haben, eher eine Notwendigkeit. Es ist in Ordnung, sich ab und zu einen Schub zu geben. Es sollte ein sehr angenehmer Tag für Sie werden. Die Schwingung ist eine Energie, die Ihrer Agenda eine unbeschwerte Energie verleiht. Die Interaktion mit Ihrem Kollegen und Ihrer Familie wird einfach und produktiv sein und Sie werden selbst die banalsten Aufgaben genießen, wenn Sie sie gemeinsam erledigen. Es ist auch ein toller Tag, um neue Leute kennenzulernen. Es wird Ihnen angenehm sein, zu interagieren und Freundschaften zu schließen. Erwägen Sie, für Ihren Abend ein paar gesellige Pläne zu schmieden und überlegen Sie, wenn möglich, sich zum Mittagessen mit einem Lieblingsmenschen zu treffen, um den Tag etwas ausklingen zu lassen. Es mag heute gemischte Botschaften oder Bedingungen an der Beziehungsfront geben, aber insgesamt stellt dies eine Chance für einen Durchbruch dar. Gerade als der Mond den gestrigen Neumond in Ihrem Beziehungsbereich abschließt und die Emotionen immer noch hochkochen, erreicht ein Konflikt zwischen der Sonne hier und den Planeten im Stier ihren Höhepunkt. Diese Konflikte sind Ihnen nicht fremd, aber dies ist der letzte, und die Sonne kann Licht ins Dunkel bringen, wenn es um die Balance zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihren Beziehungsbedürfnissen geht. Dies geschieht gerade zu dem Zeitpunkt, an dem ernsthafte Unterstützung für den Aufbau von Freundschaften und Beziehungen beginnt. Gerade als der Mond den gestrigen Neumond in Ihrem Beziehungsbereich abschließt, erreicht der letzte Konflikt zwischen Ihrem Privatleben und dem Ihrer Beziehung seinen Höhepunkt. Diesmal kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen der Sonne in Ihrem Beziehungsbereich und Uranus im Stier, und obwohl keine weiteren in der unmittelbaren Planung sind, wirft dies Licht auf alle Probleme. Genau wie ein Neumond eine Gelegenheit für einen Neustart mit sich bringt. Täglicher Planetenüberblick Ein Verlangen nach Aufregung und Eindorst nach neuem Wissen werden uns umhüllen, während der Schützemond uns dazu ermutigt, Neues anzunehmen und den Nervenkitzel des Entdeckens zu genießen. Die himmlische Ausrichtung verleiht dem strengen Saturn in den Fischen jedoch auch einen quadratischen Aspekt und schafft so eine einzigartige Mischung aus Wertschätzung für Ordnung und Chaos. Beim Umgang mit dieser gegensätzlichen Energie ist es ratsam, einen Tag zu gestalten, der berauschende Erlebnisse mit der Freiheit für Erkundungen und Improvisation in Einklang bringt. Ihre angeborene Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu entschlüsseln und Ihren scharfsinnigen Verstand einzusetzen, um herausfordernde Probleme anzugehen oder zukünftige Pläne zu klären, wird deutlich. Diese Fähigkeit hebt Sie nicht nur von anderen ab, sondern steigert auch Ihre Beliebtheit, sodass Sie leichter sinnvolle Gespräche mit Gleichgesinnten führen können. Es zeichnet sich sogar das Potenzial für die Entwicklung vielversprechender Partnerschaften ab. Eine wachsende Sehnsucht nach einem unerfüllten Wunsch könnte Sie jedoch dazu verleiten, darüber nachzudenken, Ihre Prinzipien und Ideale aufzugeben. Widerstehen Sie dieser Versuchung und konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Ihre Wünsche zu verstehen und zu kontrollieren. Finden Sie Freude an den einfacheren Freuden des Lebens, denn Sie sind oft der Schlüssel zum wahren Glück. Ihr positiver Beitrag zum Wohlergehen anderer kommt zum Ausdruck, wenn Sie Ihr Wissen und Ihre Talente gezielt und aufbauend einsetzen. Ihre Rolle als guter Gesprächspartner und anspruchsvoller Berater wird anerkannt und fördert starke Verbindungen zu Ihren Mitmenschen. Die Ausrichtung von Mond und Merkur in Ihrem Finanzsektor stellt einen bedeutenden Moment dar, der die scharfen Finanzinstinkte des Mondes und Merkurs strategischen Finanzen vereint. Diese himmlische Zusammenarbeit findet dieses Jahr zum ersten Mal statt und fällt mit der kürzlichen Rückkehr von Merkur zusammen, um planetarische Aktivitäten im Finanzbereich einzuleiten. Ausgestattet mit diesen kosmischen Einflüssen verfügen Sie über die Werkzeuge, um Ihre finanziellen Angelegenheiten effektiv zu verwalten und den Überblick zu behalten. Himmel für heute Es lohnt sich, Ihren aktuellen Zustand bemerkenswerter Entspannung und körperlicher Fitness langfristig zu bewahren. Stellen Sie sicher, dass dieses positive Gefühl anhält, indem Sie auf Selbstfürsorge achten und einen gesunden Lebensstil pflegen. Ergreifen Sie trotz Ihrer diplomatischen Natur proaktive Schritte, um bestehende Missverständnisse sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich auszuräumen. Ihre Fähigkeit, in die Streitigkeiten anderer einzugreifen, ist beträchtlich und Ihre Bemühungen könnten eine entscheidende Rolle bei der Lösung bestehender Probleme spielen. Pflegen Sie Ihre sozialen Kontakte und legen Sie dabei besonderen Wert auf die Stärkung der Bindungen zu engen Freunden und der Familie. Schieben Sie diese Interaktionen nicht auf, denn Ihre Lieben brauchen jetzt wirklich Ihre Anwesenheit. Glücklicherweise sorgt Ihre Leichtigkeit mit sich selbst dafür, dass diese sozialen Engagements keine Stressquelle darstellen. Vielmehr tragen Sie zu Ihrem allgemeinen Wohlbefinden bei. Nutzen Sie die positive Energie der Menschen um Sie herum, denn Ihre fröhliche Stimmung wird Ihre eigene mit Sicherheit verbessern. Der gegenwärtige Moment ist günstig, um sich ein paar persönliche Leckereien zu gönnen. Auch wenn es erwünscht ist, etwas Schönes für sich selbst zu erwerben, denken Sie doch über kluge Investitionen statt übertriebenen Geldes nach. Andere bieten ehrliche Ratschläge an. Zögern Sie also nicht, Rat einzuholen, egal ob Sie einen kleinen Kauf tätigen oder sich auf ein bedeutendes finanzielles Unterfangen einlassen. Ihr finanzieller Scharfsinn wird derzeit gut unterstützt, und selbst wenn Sie von Ihren üblichen Ausgabegewohnheiten abweichen, wird das Ergebnis wahrscheinlich günstig ausfallen. Mit Blick auf die Zukunft signaliert die bevorstehende Rückkehr des Mondes in Ihren Finanzsektor einen entscheidenden Punkt im monatlichen Finanzzyklus. Dieser Besuch im Anschluss an Plutos jüngste direkte Wende verspricht nicht nur Anzeichen finanzieller Bewegung, sondern auch Einblicke in die Richtung, in die Sie Ihren Fokus lenken müssen. Unterdessen verbindet die Ausrichtung von Mond und Merkur in Ihrem Einkommensbereich ein einzigartiges Ereignis in diesem Jahr, die ausgeprägten Finanzinstinkte des Mondes mit Merkurs strategischem Finanzintelligenz. Diese Konvergenz findet inmitten der Arbeitswoche statt, wobei der harmonische Aspekt des Mondes zu den Planeten in Ihrem Arbeitsbereich einen Einblick in das Potenzial für besondere Wochen bietet, die sowohl auf der Einkommens- als auch auf der Jobseite vor Ihnen liegen.